Ihr wollt mega günstige Spiele und vieles mehr, dann kauft einen bei meinem aktuellen Sponsor MMOGA, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Jo YouTube, Cracker hier und herzlich willkommen zum weiteren Gambler-Comptor hier auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr eine kleine Gegnerzerbestung in CODAW. Ich bin dort in die Lobby reingejoint, circa Anfang, zweite Hälfte und hab den Gegner einfach mal 50 plus Kills verpasst. Bedeutet natürlich, wenn zwei Hälften wären, wären es wahrscheinlich locker 100 plus wahrscheinlich. Ne, auf jeden Fall, die Gegner, wie ihr sehen könnt, haben die krankesten Streaks am Himmel und die Stats, die waren ganz gut gewesen. Aber dann bin ich halt gekommen und dann waren halt die Stats von den Gegner scheiße und meine waren halt brillant, brillant waren meine Stats. Also ich hab die einfach vernichtet, die scheiß Gegner und hab die ein oder andere Nachricht danach wiederbekommen. Warum ich einfach nicht rausgehe, weil, aber ich seh's nicht ein, warum soll ich rausgehen? Ich möchte einfach nur spielen wie jeder andere Mensch und wenn die halt so schlecht sind, ne, ich kann ja nichts dafür, dass die so schlecht sind und halt nur gegen die größten Pops spielen können. Ich hoffe, die haben daraus gelernt und ja, meine lieben Freunde, ne. Heute möchte ich einfach nochmal drüber reden, ein bisschen über das Gewinnspiel, ne. Es ist irgendwie schon ein paar kranke Sachen passiert, ne. Ich habe ja gesagt, so 300 Likes bis zum 26.04., also bis zum Ende des Gewinnspiel. Hab mir natürlich innerlich gesagt, wahrscheinlich für 300 Likes packen die doch eh nicht, ne. Ja, so, 10 Stunden nachdem das Gewinnspielvideo draußen war, schreibt mir mein Kumpel, jetzt hier 10 Stunden rum, 304 Likes. Ich so, jo, wahrscheinlich 304 Likes, was mach ich? Geh PC, hau PC an, geh YouTube, zack Crackerbacker, 96 hier am Start und so, schau, drück Gewinnspielvideo, aktualisieren, 306 Likes. Ich so, halt's, Maul. Ey, aber jetzt ohne Scheiß, wie gesagt, die Xbox One muss ich alles raushauen, hab ich ja versprochen. Und werde ich natürlich tun. Ich hab mir gedacht, ey, jetzt muss ich ja, jetzt muss ich ja echt, ich müsste eigentlich jede Woche ein fucking Gewinnspiel raushauen, ne. Wenn ihr so aktiv seid. Nicht Spaß, aber echt, ich könnte mir echt überlegen, ob ich an 10.000 Abonnenten gerade wieder so ein riesen Gewinnspiel raushau. Denn da sieht man mal, ne, weißt du, irgendwie, ich glaub, das beliebteste Video ist jetzt, also, wo post am, das positivste Video, sagen wir, das positivste Video ist jetzt, glaub ich, eins der, paar letzten, wo ich gesagt hab, 120 Likes, ne. Aber dieses Video, wir haben vier, aktuelle, aktueller Stand, Samstag 14.47, 407 Likes. Ihr seid einfach krank, Leute, ist ohne Scheiß, ihr seid die aktivsten. Ihr seid einfach richtig treue Crack-O-Netten, find ich nice, hab auch viele neue Abonnenten bekommen. Ihr seid echt die Besten und ich kann euch jetzt schon versprechen, ab 10.000 hau ich gerade nochmal ein Gewinnspiel raus. Ab 10.000 Abonnenten hau ich wieder ein Gewinnspiel raus. Denn sowas, so Abonnenten haben einfach Gewinnspiele verdient, ne. Ich merke, ihr seid richtig Gewinnspiel geil, ich bin Gewinnspiel geil, Abo geil, Klick geil, alles natürlich, ne, natürlich bin ich das alles. Natürlich verdienen ja eine Milliarden von Dollar oder von griechischen Pharaonmünzen. Hä, griechischen Pharaonmünzen, junger Deutschprobleme. Ne, Spaß ist ohne Scheiß, 400 Likes, echt vielen Dank, ihr seid echt einfach krank. Ab 10.000, weil ich wieder ein Gewinnspiel raushauen, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf gefasst machen. Und dieses Gewinnspiel, wie ihr das hier habt, den aktuelles Datum, der 26.04.2015 ablaufen. Machen wir noch eine Uhrzeit, machen wir 26.04.2015, 18.00 Uhr, 18.00 Uhr ist eine gute Zeit. Läuft das mega Gewinnspiel ab. Bis dahin, teilt dieses Video weiter. Vielleicht, ey, wenn wir 500 Daumen dann noch schaffen, alter, dann überleg ich mir noch was zusätzlich. Dann haue ich noch ein zusätzliches, noch ein Special Special Price raus, ne. Weil 500 Likes, ach du Scheiße, das ist schon richtig krass. Das ist richtig krass, krass, wie krass. Ne, ihr seid echt einfach richtig nice Abonnenten. Bleibt das echt, ich versuche das echt mal weiter so aktiv zu bleiben. Denn umso aktiver ihr bleibt, umso mehr Sachen überlege ich mir für euch. Denn ich finde, Abonnenten haben nicht nur alle 100.000 Abonnenten etwas verdient. Sondern man sollte denen auch alle paar Abonnenten etwas bringen. Denn wir bringen, ich bringe euch Videos. Dafür will ich euch halt auch belohnen, ne. Weil ihr mich halt dann abonniert habt, ne. Und ich finde es so, Abonnenten haben etwas, so hat es verdient. Vor allem meine Abonnenten. Also sagt euren ganzen Freunden, eurer ganzen, äh nicht ganzen Familie. Sagt euren ganzen Freunden, euren ganzen kleinen Cousins, dem ganzen Kindergarten. Sagt einfach Crackerbäcker, der beste YouTuber, den muss man abonnieren. Der macht geile Gewinnspiele. Liked den in seinen Videos, teilen, kommentieren, favorisieren, ach was weiß ich, der Geier. Jetzt wünsche ich euch ein geiles Wochenende. Genießt das fette Wetter. Ich gehe jetzt auch wieder raus und feiere meine 400 Likes. Und feiere mich einfach richtig ab, ne. Ist der Daumen, oben wird mein Cracker loben. Haut rein. Euer Cracker, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich liebe euch, Mann. Ich liebe euch. Schaut bei Emmermuggia vorbei. Die neue Elgato, und da brauche ich ja nicht mehr die Alter, die kann ich auch an euch mal rausgeben. Und was ihr dazu machen müsst, um diese ganzen Sachen zu kommen, wie gesagt, für das gute Stück, das gute Stück, das beste, das gute Stück der Welt, einmal 300 Likes.